Moin mit ihr und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Frauen und Männer von deinen Träumen, Synaptik-A-Listers, keine Washed-up-Virtue-Porn-Boy-Toys oder Blow-Up-Dolls-Ear. Auteure-Stuff. Es wird dich auf dein Herz und blöde deine Nerven aus deinem Körper. Es ist ein Bid-Based-Ekstasy. Das ist das, was die Leute sagen. Sie wissen nicht, wie sie es verkaufen. Es ist eine Warnung. Ich gebe dir ein Wort. Bespoke. Nicht für alle Synapsen. Ich denke, du kannst es verstehen? Ja, klar. Bespoke. Verdammt. Das klingt nachvollziehbar. Ich verstehe. Ich bin da. Ein paar Dinge, die du musst wissen, erstens. Severe Penalte für eine Unabhängung. Keine Drogen. 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 Willkommen zu Lizzie. Mein, was ein süßes kleine Gesicht du hast. Keine Drogen. Fuck to death. Jesus. Alles Klärchen. Ach, schön, wieder etwas zu lesen. Mein favorite Part. Es ist eine dieser Geschichten, die, je nachdem wen man fragt, entweder sehr simpel oder sehr kompliziert sind. Für Janice war es eine Mischung aus beiden. Die Mox wurden gegründet, weil es sein musste. Wir hatten einfach niemanden außer uns selbst. Keiner, der sicherstellte, dass das Gesetz der Straße auf unserer Seite steht. Also nahmen wir es in die eigene Hand. Die Mox bestehen aus Leuten der Sorte, von denen niemand Notiz nimmt, wenn sie morgen vor der Straße verschwunden sind. Sexarbeiter, mittel- und ziellose Rebellen sowie rastlose Seelen, die einfach Pech hatten. Heute sind die Mox eine Erfolgsgeschichte. Am besten zu erkennen, am florierenden Geschäft des Lizzie's. Dieses Etablissement genießt den Ruf als bester Braindance-Club von NeuCity. Konzerne, Gangmitglieder und Popstars gehen hier genauso ein und aus wie Anwohner, um sich zu entspannen, einen Drink zu nehmen und die am schönsten gedrehten und am besten getrunten, getunten BDs zu genießen, die es gibt. Die meisten Kunden wissen nicht einmal, dass der Club von einer Gang kontrolliert wird. Die Mox haben das Sagen und beschützen ihre Leute. Genau wie es einst Lizzie aus der Legende tat. Die Geschichte dahinter? Lizzie arbeitete hier, als der Laden nichts als ein Stripclub mit Mädels an der Stange war, erklärte Janice stolz. Sie hat sich um die Mädchen gekümmert und sichergestellt, dass die Addys in den Taschen und die Zähne nicht auf dem Burgersteck landen. Eines Tages kam dieser Wichser vorbei. Ein Tiger-Claws-Gangmitglied. Annem de Red. Okay, ich hab keine Ahnung für diese Absch... Annem? Annemmone? Nein, ich hab wirklich absolut keinen Plan. Naja, ihr könnt mir das ja in den Kommentaren lassen, wenn ihr das kennt. Ähm... Sie hielt es nicht mehr aus. Und munkelt, sie hat den Wurm so schnell und auf so üble Art von seinen kleinen Taigeeiern befreit, dass es zwei Tage gedauert hat, bis all das Blut und die Kotze wegzudüschen. Zwei Tage gedauert hat, all das Blut und die Kotze wegzudüschen. Natürlich bekamen die Klaws Wind davon und haben sich sofort auf sie gestürzt und sie abgemurkst. Aber alle anderen, die sie irgendwie beeindruckt und beeinflusst hatte, waren noch da. Sie schlossen sich zusammen, fingen an sich zu wehren und... Naja, ihr kennt den Rest. Natürlich, was wir tun. Kiss meine Titz, Punk! Für real? Mein, was ein süßes kleine Gesicht, ihr habt. Er hat mir noch gesagt, kiss meine Titz. Punk. Ich glaube, war das nicht so gemeint. Piss auf, Slacker! Ein anderer verdammt Weasel. Okay. Ja? Was ist passiert in der großen Welt? Wow. Der Schuppen ist größer, als ich dachte. Ja, das war eine Überraschung. Ich habe einen Tiger, Babe. Hm. Du hast keine Idee, wer ich bin? F***ing Totsu! Digga, das weißt du doch selbst nicht. Ey, hier ist was los. Holla die Waldfee. Naja. Da ist das Kreme-Neue-Place. Wir waren da gestern. Hm. Wir haben einen Blank. Wie geht's, Honeybun? Honeybun. Hast du den neuen? Nicht noch. Aber ich muss ehrlich sein. Die Musik, wie immer, sehr nice. I like it. Pff. Wow. Ach, das war eine Cap. Was ist hier? Die Rückkehr des Vampirkönigs. Ich finde es schade, dass die Musik jetzt weg ist. Das ist blöd. Monsterjäger nehmt euch in Acht. Turbo Dracula ist ein finsteres, verstörendes und tiefgehendes Actionspiel, in dem man die Rolle des plasma-hungrigen Königs der unauffälligen Bisswunden höchstpersönlich schlüpft. Dracula. Wow. Er ist wieder auferstanden, und zwar diesmal als Digiklon im Chromkörper. Seinem Appetit auf Blut tut das keinen Abbruch. Gemeinsam mit den Nachfahren einer uralten Blutlinie bekämpft er die zwielichtige Helsingkorb, die von den dämonischen Manchester-Brüdern angeführt wird. Mithilfe genetisch modifizierter Werwolf-Zombies wollen diese Brüder die Weltherrschaft an sich reißen. Dracula steht vor schwierigen Entscheidungen, zum Beispiel ob er seinen alten Freund Viago wiederbeleben oder sich in einen seiner Gegner verwandeln soll. Ein poliertes Echtzeitkampfsystem mitsamt nicht-linearer Story bescheren dem Spieler einen großartigen Singleplayer-Modus. Während ihr euch im Multiplayer mit euren Choombas zusammentut, die in die Haut des grüblerischen Warni oder des blonden Fan-Lieblings Herbert schlüpfen. Ich werde natürlich keines der Enten spoilern. Ja, es gibt mehrere. Fragt aber so viel. Lady Carmilla Ruthven Vettori ist ohne Zweifel die festinste Figur aus 100 Jahren Videospielgeschichte. Basta. Sag mal, spoilert da CG Project Red eventuell ihr nächstes Spiel oder... Was? Was? Ja, das denke ich mir gerade auch. Nicht das, was ich erwartet hatte. Aber alles klar. Yeah. Okay, mit der. Die A-Brille auf. Die macht Party. Not gonna lie. So, was ist hier? Achso. Wir sind einfach ein bisschen im Backstage-Bereich gehuscht, aber es ist okay, I guess. Wie schon gesagt, ich kann auch ein bisschen die, zugegeben, sehr... Oha. Sehr einfache Musik, aber doch irgendwie etwas hypnotisierende. I like it. Ich mag die Musik. Kann ich sagen, wie nass ich Musik mag? Musik ist cool. Ah, ich mag diesen Style ja generell sehr. Also, auch mit der Grund, warum ich dieses Spiel jetzt überhaupt wirklich spiele. Ich hätte ja auch mal... Das ist ja das erste, hab ich ja öfter schon erzählt, das erste große... Ja, RPG, das ich so spiele. Das erste große westliche RPG. Aber ich fand einfach den Arzt da so gut, dass ich mir dachte so... Nice. Komm, let's fucking go. Machen wir mal. Machen wir. Und wenn, dann machen wir es richtig. Hoffentlich. Mal schauen. Ich geb mein Bestes. Where the fuck are we? Ach Mensch. Okay. Oha. Kommt ihr einfach raus. Und ihr könnt jetzt chillen, oder wie? Bisschen Basketball spielen. Was ist denn hier? Hier im Zimmer. Ja. Alter. Diese Tafeln überall. Würde mir stinken. Bin ich ehrlich. Aber... Oh, das ist auch schade. Oh, das ist auch schade. Sorry, aber die Jump and Run Passage hier, die lass ich mir nicht. Ach, das ist gar keine Truhe. Fuck. Ich dachte, das ist keine Truhe? Naja. Okay. Ah, man hört wieder die Musik. Ich find's super. Everything can be solved. Truly. Everything. Kann ich mir das merken, was er da hat? Hallo. Du hast nichts besser zu tun? Ja? Was? Du willst einen neuen Freund? Nein, ich will das, was du da hast. Ach Gott. Dann nicht. Okay, komm. Dann lass uns mal hier... hingehen, wo wir hin müssen. Gleich. Afterlife, Braindance, Cyberspace. Das Affizier von Night Citys Nachtleben. Wenn du wir ein echter Dance-Head bist, musst du unbedingt in Lizzy's vorbeischauen. Egal, wie lange man sucht, es gibt einfach keinen besseren Braindance-Club in der Stadt. Moderne Kabinen, zuverlässige Tech und am allerwichtigsten ein riesiger Katalog, in dem man so ziemlich alles findet, was man sich vorstellen kann. Hier bekommst du garantiert alles für das, für den besten Orgasmus deines Lebens. Hart oder zärtlich. Nuttig oder stilvoll. Und alles dazwischen. Lass dich nicht von den Mädels an die Tür einschüchtern oder abtüren. Sie sind neuen Kunden gegenüber immer erstmal misstrauisch. Aber sollte du drin bist, bekommst du die allerbeste Behandlung. Glaub uns. Wenn du das Lizzy's einmal ausprobiert hast, gehst du nirgendwo mehr hin. Und das Afterlife? Das ist eine ganz andere Sache. Klar, man kann sich da auch zulaufen lassen und feiern. Aber das Afterlife ist vor allem ein geschäftlicher Treffpunkt. Willst du dich mit deinem Fixier, Fixer, nicht Fixer, Fix, Fix, Fixier, nicht Fixier, Fixer, über einen Auftrag unterhalten, mit deinem Kunden etwas trinken und dabei wichtige Details besprechen oder dich einfach nur zurücklehnen und zusehen, wie die einflussreichsten Söldner und Fixer von Night City hier ein- und ausgehen? Für all diese Dinge ist das Afterlife der richtige und ehrlich gesagt auch der einzige Ort. Wenn du dich für die wichtigsten Musik-Events der Stadt interessierst, sollst du ins Riot gehen. Playlists voller Hits, Live-Konzerte, der größten Stars aus Night City und aus dem Rest der Welt, DJ-Battles, einzigartige Musikshows und Album-Premieren mit hochkarätigen Besuchern. Klingt das nach deiner Szene? Dann ist das Riot genau das Richtige für dich. Nice. Musik klingt immer gut. Ich weiß, mittlerweile hart zu gelieven, hart zu glauben, aber... Naja, müssen wir uns mal das Riot angucken, würde ich sagen, ne? Was gibt's nicht so? Äh, kann ich hier Waffen verkaufen? Aber alles mitnehmen, das wäre natürlich krass. Ähm... Ne, macht's dir irgendwas Sinn zu holen? Gucken, was ist die Sekunden... 450? Verleiht dir den Zustand? Hydration, der deine maximale Ausdauer? Okay. Okay, das macht dich legit einfach nur... Drunk. Perfekt. Okay, freu ich nicht. Oh, das hast du doch eben schon gelesen! Pssst! Wissen wir doch. Oh, ich bin einfach nur interessiert. Real Lizzy ran ein Strip-Joint aus dem Ort, in der Zeit. Lizzy's Bar. Die Frauen waren richtig verabschiedet, insured, und hatte eine gute Sicherheit. Ein guter Ort, all in all. Ah, historien des Goldenen Dates. Die Inevitable Demise, und die Inevitable drinken über die Liebe. Das macht die Tall-Tales leichter zu spüren. Also, was ist das? Tiger Claus schlug Lizzy. Tiger beat one of Lizzy's girls real bad ones. No hesitation, Lizzy blasted the guy's balls off. Das war zweifelig. Tiger Schrainer sert ihr das THAR, nicht wahr? Die Mox haben einen Schrauber gemacht. Keine Frau, dieCE index hatten. Fragen am Riel. Die Big Boss jetzt ist Susie Q. Was ist die Wissenschaft, ohne Respekt? Biz-Booms bis heute. Looking for Evelyn Parker. Know if she's here? Who's asking? A big tipper. Generous when I get the answers I'm looking for. Appreciate the gesture, truly. But afraid I don't get paid to talk. Opposite, actually. It's all right, Matteo. I was waiting for this one. What? Evelyn Parker. I knew it was you, as soon as you walked in. Alright. Let's fucking go. Is this a good idea? No. No. Oh my god. Sansa? Only tequila I drink. Hm. How would you know? I like to know everything about the people I work with. Ooh! Either that, or it was just a lucky guess. Why are we meeting here? Any particular reason. Actually, it doesn't seem much like your thing, this place. Mm-hmm. Yeah. Hm. I'll take that as a compliment. Come on. Know a place we can talk where ears won't prick up to listen. We'll be in the lounge, Matteo. Anyone asks, we're not here. Not me. This one's me, kid. Nothing's wrong. You'll be listening. Why don't you just tell me this thing? It's... I just told you. Stop. You're on the other side, baby. This is real weird. No, yeah. Dax had a load to say about you. Called you professional. Effective. Yes. I'm trustworthy. I hope he wasn't overselling. I'm waiting. Yeah, 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 yeah. No idea if Dex exaggerates. A little, a lot. You got me. Just started working with him, in fact. I've heard there are two kinds of fixers. Those with stable crews on long contracts and short leashes. Loyalty and predictability they value above all else. Then there's the other kind. Dex's kind. Let's cut to the chase. What do you got for me? Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Key tech in the program, actually. We're tangling with Arasaka. Making this heist one dangerous, risky motherfucker. Mm-hmm. Arasaka's poured billions into personality transfer technology. But me, I just want the data on this one. The chip is tucked away inside Kompeki Plaza, the hotel. You ever been? You know, just never rolled through that neighborhood. Damn shame. The fresh they serve is sinfully good. Chef must have made a deal with the devil. So where's this chip hiding, exactly? In a suite on the top floor. The room's occupied by Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka. He's in town? Don't you read the scream sheets? The media couldn't get enough of Yori coming to Night City. It was all over the headlines. Anyway, he's heir apparent to the Arasaka Empire. Saburo Arasaka's only surviving son. What, so Arasaka Jr.'s planning to grab the reins while in Night City? Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Telling me you're one of them? Sigh. Top dog like Yorinobu's bound to have an army on call. Hotel's probably a goddamn fortress by now, too. Yorinobu keeps exactly no hustle around. Not one guard. Got rid of them a long time ago. Huh. Why is that? Surely you know what they say about Arasaka Intel. Sneeze in Night City, and a blossom drops from a cherry tree in Tokyo. Yorinobu was convinced his Arasaka security detail reported directly to his father. Look, if you've got any spare aces up your sleeve, now's the time to show them. Now this should make your tits perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. He's made a deal with Netwatch, aims to sell it to them. Have you spotted my ace yet, or do I need to spell things out? Fine. So no Arasaka security on the device, cause Yorinobu whisked it away in secret. Now where's he hiding it? Likely in a specialized container. One that mimics an organic neural environment. On the outside it looks like an ordinary briefcase. And the case is? You'll see for yourself soon enough. Provided we're done gossiping about the Arasakas. Hmph. One more thing. Data that's on the chip. What is it? Irrelevant, entirely. We're talking about data Yorinobu snuck out of Arasaka. What's more, he wants to pass it on to Netwatch. Sounds pretty damn relevant to me. Listen B, the Relic. That's my concern. Your concern? Earning a paycheck. Just get the job done. I'll make sure your bank accounts are sated. What else do you know about Yorinobu? Quite a bit, actually. He studied finance and biotech in Tokyo. Probably didn't have a choice in the matter come to think of it. Saburo was grooming him to be his successor. But then Yorinobu vanished to take his own dreams. Cut himself off from the corp for years. Long story short, though the black sheep returned, the bitter taste remained. But that's only one side of him. There's another. An intelligent man who has always walked his own path. And so has his own designs on the corp. Seems to be risking everything with this Relic scam. Yes, because he's fallen for the biggest lie this town puts forward. That he can gain and retain control. Of anything. Okay, what's next? Now comes the best part. Follow me. Got something for you. Should help you plan. Braindance from Kompeki Plaza. How's a braindance supposed to help? Need facts, not thrills. Think BDs are only good for fondling virtual tits? Jacking off too in those boxes? No. It can be a very useful tool. Good for analyzing details, human perception, even boosted. Doesn't grasp. Exactly what you need. So what's on the table? Yorinobu's suite. The glorious interior. You'll need to locate the Relic yourself. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Uh-huh. Hold up. Mean to see you recorded this? Mm-hmm. BD-Rack implant. Why? You object? No, not at all. Let's see this braindance. Uh-uh. Judy will help. She's a Mox too. Besides, we go back, uh, years. V, this is important. Judy's always been there for me. Uh-huh. Always helped out. I trust her. But she's a Mox. Not the latest member of your crew. Try not to forget. It's hard to say this week for sure, okay? So you'll be a good girl. Tread lightly. Yeah, yeah, yeah. And keep that tongue on a leash. Okay. Believe it or not, I'm no stranger to tact. In biz or life. This has been your world report. Ahem. Tuning in to N54 News. Hey. There you are. This is V. She's here for that BD role. And V, this is Judy. Best braindance editor I know. Enough already. That'll make me laugh. Hey, Judy. Compiled your BDF. What do you think? Will it do? Still pretty raw. But yeah, oughta do. Mm-hmm. V needs to get deep inside. That's most important. So, let's calibrate. Tune it to her. Believe me, I've dealt with worse. Should see the jig jig street porn we gotta contend with sometimes. So, we drop V inside? Better look, let her rummage around, right? How about a V? Raw brain dance. Ever taken a dip before? Look, I'm no BD virgin, but the raw stuff? Uncharted territory. Relax. I'll explain everything. It's less complicated than it sounds. Sit down, settle in, and we'll get you going. Okay. Geht wieder los. Immer gut, auf solche Stühle zu gehen. Freut man sich. Dachten wir schon beim ersten Mal so. Top. Almost. I'm gonna go. Got to create your sensory profile first. Okay, hit me. Just promise me it won't hurt. It won't. Not this time. Now sit still. Look at me. Gonna run the analysis soft. Should feel a slight tingle. Mhm. Okay, now let's set the optics and other sensory sigs. Look smack into these two screens. Pretend it's an eye exam. Am I gonna have to do this calibration dance every time? Not necessarily, but it's worth the wait. Give me two more minutes and you'll see exactly what the analysis is, Kate. One more sec. Need to get the pain receptor limiters in. Okay. All set. You need to test your profile first. Tossing in a sample BD. You can use it to get to know the editor. Now let me see. Where can we... Can't you just use my recording? Why are we wasting time? So we don't risk our necks? Besides, it won't take a sec. Got something here. Yeah. It should be perfect. Was das so ausgesucht. Viel lasst uns überraschen. Mhm. Let me give you the tailored version first. As you get your bearings. Then we'll jump into editing mode. Be diving in in 3, 2, 1. Plan's simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it, got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay. On you go. Get down. Everybody. Underground. What I see you kissing the flooring. Money. Now. Or I will fucking drop you. I swear to God. Whoa. Yeah. Hey. Now. Before I blow your fucking head off. Das war nicht so viel. Müssen wir einfach warten müssen. Splash of intense shock. I can still feel it. I remember. Fuck. That last second. Could warn me how much it hurts to die. Trust me. Real death hurts much, much more. Not so sure about that. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. I'll sever the link to the VD Roller's sensory array. You'll be able to look around freely. All scene's yours. Full cam control and analysis mode. So move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Okay. That is your own little sandbox. So analysis mode. You control playback. You can even pause when you feel the need. Then you use the editor console to unpause. Try it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in. Snatch the cash. Get out. And we sell the VD to those. That is actually pretty crazy. Oh, excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. That's like the limits of the reality recorded by the VD Roller. The editor won't let you outside it. Make sense? Psycho drinks from the studio. Got it, got it. Dream is hell, right? Well, that's not all. Speed things up or rewind, whatever you like. Should I try? Rewind. Roll it back to the top. That's what we need. I didn't try. And we see what the time was on. I don't miss it now. Now try us fast forwarding a bit. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in. Snatch the cash. Get out. We sell the VD to those. We sell the VD. Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it. Now for some fun. This here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the Enviro recorded by the BD roller. Focus on the heat. The gun this Gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it. And we sell the BD to those psycho-crinks from the studio. Got it, got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline. So. Also. Okay, right here. Holy shit. Auf der Aufnahmenleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen kannst. Der Hinweis wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf die richtigen Ebene eingestellt ist. Ja, okay. Die Stelle, an der sie sich auf der Leiste überladen, ist besonders her. Okay, Hinweise verschwinden von der Leiste, nach denen du sie gescannt hast. Okay, also das hier. Ah, let's see. Okay, good. Now you should see several sound signatures in the store. Choose one and hone in on it. Dann nehmen wir mal die hier, ne? Okay, fuck! Ah, little shitheads. Go restock, I'll take the register. How about you suck a bag of dicks, eh? So, any thoughts? Hm. Seriously, like it was happening right next to me. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything. All the elements in the background. Then an editor tweaks them. Makes them pop. Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored. Sometimes you can analyze extra layers in the raw. Stuff the roller is cyberware picked up. Like what? Ed's got Karoshi optics that grab infrared. Meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Huh. Entspannend. Hella nice. Now let's wait till the guy punches out the gong on the counter. There! Everybody! On the ground! You want to see your kids in the floor? Money! Scanning works on peeps too. Welcome to the wounded chick. Try scanning her. All right, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection. See that? They shot him and he never saw it coming. But you will. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the kids feel the vision. Then scan it. His own chumba shot him. Probably planned to all along. Must have got a nice slice of cred on the black market for a BD like this. BD Freaks are ready to pay a premium for a real flat line. Anyway, if you've seen enough, you can exit. Heh. Yikes. Das ist natürlich jetzt unlucky. Psss. Okay. Gute Story. Hat sie gut ausgesucht. Naja. Ne, das ist echt nice. Ja. Impressive, right? Too bad, most of the BDs we do here are only good for flogging the log. Anyway, you ready to do this? V, you're wrecked? I don't know, I will. Let's take a break. We're still feeling like a kid when... Pff. Yeah. Thing I'm done. V, there's no time. Get it together, please. Okay. Okay. Go ahead. Just need T-Bug to link in. Whoa, whoa, whoa. Who? Runner for my crew. Security specialist. She'll tell me what to look for while we analyze. No problem, I hope. Actually, it is a problem. Not what we agreed, Ev. Yeah, come. Judy, T-Bug's a professional. Discreet to a fault. You can trust her. Why? Because you say so? Please, Judy. I'd never expose you to any danger. You know that. Okay, V. Call T-Bug and we'll dive in. Hey, V. What's happening? Bug, listen. I got some useful footage from Konpeki Plaza. It's a brain dance. Konpeki? Oh, I thought as much. Is someone there with you? Hmm. I know there's a lot of people about you all. Hilfe. Judy and Evelyn, they're chill. They help me through this BD. Uh-huh. All right. You're going to tell me what this is about? Listen. I need your help. I've got no clue what to look for when I'm in. All right. See if I can walk you through it. Jacking it to your tech now. You've got to give me access. Opening port 1779. Secure protocol? Good. I'm going in. Should be getting my requests... Now. Got it. You ready? A millisecond. Okay. Connection confirmed. Now some quick-dip ice and we're clear. Ready to dance. Fire her up, Judy. Okay, also jetzt geht's hier richtig ab, oder was? Also wir müssen jetzt hier scannen. You look like a cut of fuckable meat, are you? Yikes. Auf jeden Fall nicht schlecht. Also, ich meine, wenn das jetzt hier gescannt ist. So, das ist es ja. Soll das dann nicht verschwinden von der Leiste? Ich dachte so, aber gut dann nicht. Ich habe gesagt, nein. Sie werden meine Hand für das. Dann. Hm. Scheiße, die Kamera ist mit neuen Tech. Motionssensoren, Heatsig-Aktivator, IFF. Du hast genug geklappt, um das alles zu töten? Mucho mehr als genug. Nur die haben die Zugang zu ihrer Subnet. Net? Okay, tut mir alles, ich glaube, da war noch mehr. Das ist eigentlich der Grund, warum das hier ist. Ja. Einfach noch Kamera. Eine Alarmanlage. Wunderschön. Wir können hier ein bisschen genauer arbeiten. Sorry, ganz gut. So. Ach, den hier im Camp, oder? Ja, ich glaube schon, dass es gut ist, dass wir die reingeholt haben. Ohne die ist ja sehr unlucky alles. Hallo? Ich habe eine Minute für die Schlussfolgerung. Ich habe eine Minute für die Schlussfolgerung. Der Programm ist noch in der Ausfläche, wir können es nicht nach dem Markt, wie es ist. Wir werden es sehen, sehr gut. Bitte sprechen mit deinem Vater. Er hat einen besonderen Interesse in diesem Projekt. Er kann sicherlich erklären die Risiken. Er hat eine Minute für die Ausfläche. 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 Er hat einen Spruch. Er hat einen Schlag zu einem Kuhst können. Oder, woanders sind. So, darf ich das ein. Anja. Einmal. Hh. Okay. Irgendwie dachte ich gerade, da ist jemand drin, aber... Okay. 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 Okay, cool. Darf ich kurz anmerken, dass das echt krass ist? Okay. Okay. Okay, wir haben aber noch diese Audioquelle da. Es ist wahrscheinlich das hier, aber kann man damit noch irgendwas mehr machen? Weil das wird ja ja angezeigt und dann steht da, dass das nicht mehr angezeigt wird. Deswegen macht nicht das... Das ist doch nichts. Naja. Egal, auf jeden Fall. Hier ist noch eine Informationsquelle. Hier oben. Okay. Hm. Oh. 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 Hast du noch etwas Kandys? Der Schritt war... Noch eine Kamera... Aber das war es immer noch nicht. Okay, 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 chill. Wir sind noch etwas. Wir sind noch etwas. Okay. 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 Das ist echt schade, dass hier diese... Die gesamte Umgebung so... ...verpixelt aussieht. Oder halt einfach nicht sehr detailliert. That makes me sad. Das Telefon vielleicht? Ähm... Ich habe eine Idee. Nein. Ich bin gleich zurück. Ja, jetzt machst du die Umgebung cool. Okay. Ach, die Waffe. Notiert. Sicherheit ist auf. Gut zu wissen, wenn du da bist. Nicht vergessen, über den Eisen. Hä? Na gut. So, dann packt er das hier rein. Okay. Okay. Dann gehen wir noch durch. Ich meine, hier ist die Erkühlung. Von daher... Ist es hier wahrscheinlich... Obviamente sehr cool. Kühl. Cool. Cool. Pff. Ja, nein. Aber... Naja. Muss ja alles scannen. Was? What in the world is denn hier? Was wir eben noch nicht gesehen haben. Irgendwas an ihm muss das sein, oder? Ich kann mich auf jeden Fall nicht vorstellen, was es sonst sein soll. Oh, da ist es. Was ist das hier? Wir werden gucken, was es hier noch gibt. Also, ich bin noch mal ganz kurz hier drin. Weil mindestens hier sind ja eben noch diese eine Audiospur. Mindestens eine Kühlspur und... Die startet... ...hier. So, was ist das? Shit. Pff. Es könnte hier noch Geräusche machen. Wie kommt nicht nach Hause. Kann ich aber auch ustedes nicht nach Hause wissen. Ich habe einen Ohr in den Moment. Wir haben noch nicht in der Fall gesehen. Wir haben aktuelles 20 Jahre mehr gesehen. 10 Jahre alt. Ich bin ziemlich sicher. Wir wollen jetzt. So, okay. Still, das Telefon, oder nicht? Das Telefon. Shepard AT, stand by. Ich meine, es könnte ja nicht schaden, alles hier zu erkunden, oder? Alles hier zu wissen. Und dann tatsächlich selber rein müssen. Aber, I have no idea, to be honest, was jetzt hiermit noch gemeint sein könnte. Also, von daher. Ja, das hört jetzt gerade mal so aus. Gut. Lassen wir's. Ich glaub, das ist recht. Hm. Ich glaube, ich werde es auf EVEs Tab geben. Portable device für Handling BDs. Ich habe bereits aufgelistet ihr Kalibration-Settings. Nicht so sophisticated wie wir hier sind, aber sollte das tun machen. Und dann geht's dich aus der Horms-Way. Clever. Speaking of Horms-Way, du weißt, was ich sehen, dass du dich vorst? Walking, talking, corpses. Wir brauchen das Rekord, Judy. BD praktisch machte unsere Arbeit für uns. BD wird die Todesmacht von uns. Sehr gut. Wenn Arasaka herauskommt, dass du es, du bist. Ich bin. Judy, relax. Wer will das wissen? Evelyn, bitte. Keine Körgeln. Du gehst auf diese Route, die Stadt wird immer gewinnen. Also bemerkbar. Natürlich werde ich. Außerdem, wir sprechen in ein bisschen. Lee, ein Moment. Lass uns gehen. Tschüss. Entschuldigung für die cringy Vorstellung hier mit dem... Hi, Judy. Das war weird. Hm. Was ist der Fett? Nein. Ich habe keine Angst, dass ich mit dem Raub in Verbindung bringen könnte. Ähm. Ich habe keine Angst, dass sie mit dem Raub in Verbindung bringen könnte. Ich habe eine lange Reihe, dann. Spannend mit großen Namen. Viel größer als ich. Du erzählst mir, wer sie zuerst. Korpo Hot Shots und Cutthroats? Oder ein kleines Bedeutung, wie ich? Okay. Okay. Intel on Yorinobu. The chip, the BD from Kompeki. Windsorite. Plan's perfect. A job like this comes one in a million. Hm. Thanks. Now the punchline, please. Just sounds too good to be true. What's the catch? Cold feet. Are you looking to get out of it? I want to know if you're really in control here. That you're not sending me into the sort of shit I can't wait out of. V. I have zero reasons to haze you. We're in this together. Really. Trust me that I got this. Okay. So? What now? V. Do this job for me. I mean me alone. No splitting the payout with anyone else. No middlemen. No Dex. You want to fuck over our Fixer. I knew something was up. Dex is a middleman. And a useless one at this point. Evelyn. You don't mess with Fixers. That's the one rule every Merc in this city knows. And actually follows. But if we're smart... It doesn't matter. Mistake like that'll cost you your rep. And without a rep, you're nobody. You sure you want to do this? Better ask yourself that question. Do you want to spend the rest of your days blasting scabs? Or become a legend overnight. Your choice. Also... Glauben sich wäre es natürlich sinnvoll. Aber komm, fuck it. Absolut. I know. Whatever you decide, it stays between us. I can offer 50%. Eddie's enough to do whatever the hell you like. I'll be finished. Dex won't forgive a dirt move like this. Dex isn't the only Fixer in town. But my offer's the only one you'll ever get. Let me think about it. Mm-hmm. If you need me, call. I'll send you my number. Okay. Good luck. Now go. I need a few words with Judy. Yeah. How are things looking, Miss V? Turns out Evelyn's recording from Compecky was worth our time. Beautiful. T-Bug already called. Said she's working her magic. We're all set. Ready to go. What now? Now we do the job I hired you to do. Grabbing that biochip. We'll talk about the rest at the afterlife. See you there. Great. Be there in no time. See you, Miss V. Mit dem sollte man echt nicht ficken, hab ich das Gefühl. Aber... Nicht wirklich. Naja. Ah, wir können noch eine Nachricht lesen hier. Wie sieht's aus bei dir? Was geht? Ähm... Ja, ich erzähl's später mir. Perfekt. Ähm... Ach, Gottchen, Gottchen. Hallo. Ach, wir haben noch hier einen Levelausstieg. Okay. Konstitution. Das find ich zum Beispiel gut. Oh, geil. Mehr tragen. Mehr Stuff rum. Mehr Stuff rum. Tragen. Find ich gut. Attributspunkte. Attributspunkte. Dazu ein. Und... Technische Schwierigkeiten noch einen. Und dann... Ähm... Hauptmission. Deku. Begebt dich zum Afterlife. In Night City gibt es nur eine Tür, die es wert ist, geöffnet zu werden. Und zwar die ins Afterlife. Bist du erstmal drin, liegt dir die Welt zu Füßen. Dex hätte sich keinen besseren Ort für unsere kleine Besprechung aussuchen können. Findest du nicht auch? Das Afterlife wird uns noch weit bringen. Chica. Schön. Wir haben noch hier absolut viele Nebenmissionen übrigens. Ich seh die gerade. I mean... Mal gucken. Können die auch nochmal machen irgendwie. Also, denke ich mal. Irgendwann nie Idee. Aber... Schauen wir uns beim nächsten Mal an. So. Ich denke, das reicht für heute. Wir sehen uns... Beim nächsten Mal. Wenn es heißt Cyberpunk 2077. Ich hoffe, ihr habt einen Spaß. Und... Bis dann. Ciao. Mit Ö.